Heute schauen wir uns den iShares Listed Private Equity ETF an, der Zugang zu Unternehmen bieten soll, die eigentlich nicht an der Börse gelistet sind. Und wie das genau aussieht, schauen wir uns heute mal genauer an. Der Markt umfasst natürlich noch einiges mehr als Aktien und ETFs, alles was da dazugehört. Das sogenannte Private Equity ist mit einer höheren Einstiegshürde verbunden, also meistens so ab 200.000 Euro aufwärts und man muss das Kapital über mehrere Jahre binden. Und zwar wird das dann in ein Unternehmen investiert, die halt nicht an der Börse gelistet sind, wie man es vielleicht aus Höhe der Löwen kennt. Dort ist es ja so, die Leute sind Risikokapitalgeber, die geben ihr Kapital an die Firma und die wird damit aufgebaut und nach ein paar Jahren entweder wieder veräußert oder die Risikokapitalgeber behalten einen Anteil des Unternehmens und haben halt laufende Erträge daraus. Ja und jetzt ist natürlich die Frage, wie das der ETF umsetzt. Erstmal schauen wir zu der Performance, wie immer. Dort über das letzte Jahr haben wir 56% Rendite erzielt, über die letzten drei Jahre knapp 94%, über die letzten fünf Jahre über 100%, 117% und seit seiner Auflage im Jahr 2007 182%. Wenn man das von dem Tief 2008 sieht oder seit der Auflage des MSCI Word ETFs auch, sind wir bei 485% Steigerung, was 120% mehr Steigerung ist als der MSCI Word an sich. Also auf jeden Fall schon eine sehr starke Überrendite und wenn du übrigens auch eine Überrendite erzählen willst, dann kannst du gerne meinem Instagram Account noch folgen. Dort bin ich zu finden unter at finanzen mit Fuchs und ich poste täglich neuen Finanzcontent, um einfach am Zahn der Zeit zu bleiben. Die Branchen, in die hier investiert wird, müssen wir an der Stelle mal raussuchen, sind relativ einfach, nämlich nur in die Finanzbranche. Das ist so der erste Punkt, wo man ein bisschen genauer hinschauen sollte, warum das denn überhaupt ist, aber dazu komme ich gleich. Wir schauen uns nämlich erstmal die Länder an. Dort sind wir bei den Vereinigten Staaten mit 50% dabei, also relativ gewohntes Bild. Vereinigtes Königreich, UK mit knapp 14%, Kanada mit 11%, Schweiz mit 7%, Frankreich und Deutschland ist immerhin auch mit 1% dabei. Also eine relativ klassische Verteilung, zumindest von den USA-Anteilen her, UK, Kanada, Schweiz ein bisschen größer gelistet als im normalen MSCI Word. Und jetzt kommen wir zu den Positionen und da wird relativ schnell klar, wenn wir uns das anschauen. Das sind alles Risikokapitalgeberfirmen, also diejenigen, die wirklich Private Equity oder Risikokapital vergeben. Auf Platz 1 Brookfield Asset Management Inc. mit 7,4%, Blackstone mit 7,1% und KKR & Co. mit 6,9%. Und hier fällt auf, das sind alles Risikokapitalgeberfirmen. Also das sind die, die das Private Equity quasi vergeben und Unternehmen analysieren und denen quasi was zur Verfügung stellen und die über die Zeit aufbauen und in der Regel dann auch wieder verkaufen. Und ja, damit sollte eigentlich auch klar sein, es wird nicht direkt in Firmen investiert, die halt im Aufbau sind, die nicht an der Börse gelistet sind, sondern es wird nur in Firmen investiert, die in Firmen investieren, die nicht an der Börse gelistet sind. Also ja, so ein Mittelthema. Vielleicht noch als interessanter Side-Fact, Brookfield investiert zum Beispiel in Immobilien und Infrastruktur, Blackstone in Industrie, zum Beispiel Halbleiter, Glas, Gastronomie, Mode und so weiter und so fort. Gesundheit ist auch dabei, also die sind wirklich sehr breit aufgestellt. Und die dritte, die KKR, sind auch bei Industriefirmen wieder mit dabei, mit Hauptaugenmerk. Kommen wir mal zu den Daten. Der ETF wurde tatsächlich schon sehr früh aufgelegt, am 16. März 2007, hat eine Total Expense Ratio von 0,75 Prozent, ist also relativ hoch von der Total Expense Ratio, aber ist halt auch ein Nischen-ETF oder ein Branchen-ETF. Deswegen ist es fast schon wieder relativ normal. Die Ausschüttung ist TESA hoch, äh, ist ausschüttend, Entschuldigung. Das heißt, Dividenden werden wirklich halbjährlich ausgeschüttet und nicht automatisch wieder angelegt, also für eine Dividenden-Strategie gegebenenfalls geeignet. Replikation ist physisch, bedeutet, die Aktien, die dort drin sind, werden auch wirklich physisch in den ETF gekauft. US-Dollar ist die Basiswährung und es wurde schon eine Milliarde US-Dollar an Fondsvolumen eingesammelt. Also das ist wirklich schon ein größeres Flaggschiff, hatte natürlich auch einige Zeit, sich zu entwickeln, hat sich ja auch positiv renditetechnisch entwickelt und das scheint auch bei den Leuten gut anzukommen. Eine Milliarde Volumen lässt sich sehen. Positionen sind ungefähr 70, aktuell müssten es ungefähr 73 sein, wenn ich, 72, wenn ich das richtig im Kopf habe, perfekt. 70 bis 73 ist so der Schnitt der letzten Jahre, also das ist immer ein bisschen schwankend. Ähnliche ETFs habe ich nur eingefunden und zwar den ETF von X-Trackers auf Private Equity. Das ist ein Swap-ETF, der wird also nicht physisch repliziert, also es werden nicht wirklich die Aktien 1 zu 1 in den ETF gekauft, sondern es wird ein Tauschgeschäft mit einer Bank eingegangen und dieser Coop wird einfach die Rendite, die diese Unternehmen zur Verfügung stellen, wird halt von der Bank garantiert. Bildet das ganze Thema oder das bildet den Index ein bisschen besser nach, ein bisschen genauer nach, hat natürlich aber das Risiko, dass die Bank diese Rendite vielleicht doch nicht garantieren kann aus verschiedensten Gründen und deswegen halt dort zu Schwierigkeiten bei dem ETF kommt. Ansonsten, die Broker, bei denen wir investieren können, sind doch recht viele, also Scalable Capital ist dabei, Flatex, Straight Republic, ING, die DKB, Comdirect, alles Mögliche und kann man eigentlich auf jeder Plattform investieren. Wenn du übrigens den Kanal unterstützen willst, dann kannst du dein Depot auch gerne über einen der Links in der Videobeschreibung eröffnen, damit du deine Unterstützung für den Kanal hier abgeben kannst, für das kostenlose Wissen, was ich hier teile. Kommen wir mal zur Zusammenfassung des ETFs. Also grundsätzlich als allererstes, es hat jetzt nichts wirklich direkt mit Private Equity zu tun. Wie gesagt, es wird direkt in Firmen investiert, die selbst Private Equity vergeben, aber nicht direkt in Firmen investiert, die das Risikokapital in dem Moment annehmen. An sich kann dieses Private Equity-Thema ein sehr, sehr riskantes Thema sein, weil auch die Firmen, in die investiert wird, nicht diese Veröffentlichungspflichten haben, die normale börsengelistete Unternehmen haben. Man kann sich das so vorstellen, die Aktien oder die Unternehmen, die an der Börse sind, die müssen recht transparent aufzeigen, wie die Geschäfte laufen und man kann eigentlich alle Daten einsehen, die relevant sind für ein Investment. Bei privaten Unternehmen oder bei kleinen Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind, ist das Spielfeld ein bisschen größer. Also der Spielraum, den sie haben, die müssen nicht alles preisgeben, die haben nicht diese Veröffentlichungspflichten und deswegen ist die Prüfung auch in der Regel ein bisschen schwerer. Von daher ist es für eine Privatperson natürlich eine schwierige Sache. Für solche Private Equity Firmen ist das natürlich ein bisschen einfacher, das zu prüfen, dort wirklich auf Herz und Nieren zu gehen. Die haben auch eine gewisse Erfahrung dabei. Von daher ist das schon wieder ein Stück weit ein Pluspunkt, dass halt nicht direkt in diese Firmen investiert wird, die nicht an der Börse gelistet sind, sondern es den Profis überlassen wird sozusagen. Für Einzelpersonen ist es ja sowieso so, dass der Einstieg in Private Equity extrem hoch ist. Mit 200.000 Euro kann es nicht jeder und man sollte dann vielleicht auch nicht nur an eine Firma investieren, aber es ist vielleicht auch eher was für Leute, die wirklich aktiv investieren wollen, die nicht sagen wollen, ich möchte jetzt mein Geld irgendwo hinlegen und es arbeitet für mich, sondern die sagen, ich gebe jetzt mein Geld einer Firma und diese Firma baue ich mit auf und später verkaufe ich sie dann oder habe halt meine Anteile daran und bekomme da was draus. Also das ist wahrscheinlich eher so ein Feld, wenn man wirklich ein Private Equity starten sollte, dass man es direkt macht und dass man halt wirklich Spaß daran hat, eine Firma aufzubauen. Ich denke, das ist dort die sinnvolle Alternative. Von der Länderverteilung her ist es auch so, dass Deutschland, also es ist nicht der quasi Maschinenbauer aus der Nachbarschaft, sondern es sind auch trotzdem größere Firmen aus den USA, aus der UK und so weiter, die dort mit vertreten sind, wie wir ja an der Länderverteilung gesehen haben. Also auch da die Frage, ob das das ist, was man auf dem Schirm hat, wenn man über Private Equity nachdenkt oder ob man sich bei Private Equity denkt, okay, ich nehme jetzt doch lieber eine Firma, zu der ich eine nähere Beziehung habe, eine engere Beziehung habe. Von der Risikostruktur her ist der ETF meiner Meinung nach extrem hoch angesiedelt. Das Problem ist nämlich, dass die Unternehmen alle in der Finanzbranche sind und eine Finanzbranche ist, wie wir ja wissen, extrem anfällig für Krisen. Und das hat man auch bei der Auflage des ETFs gesehen, der ist ja zum Glück schon vor 2008 rausgekommen und hat erstmal 77,5% Wertverlust hingelegt in der Krise 2008, 2009. Und das muss man erstmal verkraften, das muss man auch, wenn man ein ETF-Portfolio hat, erstmal verkraften, dass es so einen herben Rückschlag geben kann. Und das kann potenziell in jeder Krise wiederkommen, weil diese Unternehmen, die dort unterstützt werden, wo dieses Risikokapital gegeben wird, das sind ja auch eher Unternehmen im Aufbau. Und die sind nochmal doppelt gefährdet, wenn es jetzt zu einer Krise kommt. Weil wenn ein schlechtes wirtschaftliches Umfeld entsteht, dann kann es sein, dass viele von diesen Firmen wegbrechen, was sich negativ auf diese Risikokapitalgeber auswirkt, was sich wiederum wieder negativ auf den ETF auswirkt. Also hier sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, dass dort wirklich ein großes Minus stehen kann, wenn ja doch mal wieder eine Krise ansteht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch hohes Potenzial. Über die lange Laufzeit hat es den MSCI World Outperformt. Vergangene Rendite ist natürlich nie ein Beweis für die Zukunft, aber es ist schon mal ein Zeichen, dass es nicht ganz falsch gelaufen ist in den letzten Jahren, würde ich sagen. Dennoch in keinem der Depots meiner Mandanten erstmal vorhanden. Für die Zukunft kann ich mir das vorstellen als kleine Beimischung. Aber aktuell steht dort noch nichts an. Das soll es zu meiner kurzen Analyse gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.